Wie ist die Weltbevölkerung in den nächsten Jahren? Wir sind letztlich immer noch in einem Modell des Verkehrs und der Verkehrspolitik, die aus den letzten 100 Jahren entstanden ist und leben trotzdem in einer anderen Zeit. Von daher, glaube ich, sind wir an den Punkt gekommen, wo wir mit einem systemischen Ansatz, also alle zusammen, unsere Mobilität, unseren Verkehr neu erfinden müssen für die Zukunft, damit wir mobil bleiben. Wie ist die Weltbevölkerung in den nächsten Jahren? Stiftungen können in vieler Hinsicht da tätig werden, wo eine Regierung erst einmal in den letzten Jahren einleiten, die es den Menschen nicht schwerer macht, von A nach B zu kommen oder Güter von A nach B zu transportieren, aber dies abkoppelt von Emissionen und letztlich dadurch eine Abhängigkeit oder eine Unabhängigkeit schafft von fossilen Brennstoffen. Und das ist ja letztlich das Ziel, mit dem Deutschland und auch die Welt sich auf das Jahr 2050 zu bewegen muss. Stiftungen können in vieler Hinsicht da tätig werden, wo eine Regierung erst einmal versucht, den gesellschaftlichen Konsens herbeizuführen. Sie können auch mit ihrer Arbeit Lösungsansätze mitentwickeln, denn vieles, was wir heute durch das Pariser Klimaabkommen vereinbart haben, muss ja erst noch erfunden werden. Eine dekarbonisierte Weltwirtschaft ist ja etwas, was erst erfunden werden muss. Und auch hier sind Stiftungen gefragt, ob nun in der wissenschaftlichen Forschung, in der Politikberatung oder zum Beispiel auch in einem Projekt wie der Agora Verkehrswende, nämlich einen Konsens zwischen Industrie, zwischen Parlamenten und auch Vertretern aus Kommunen und aus Landesregierungen gemeinsam mit Zivilgesellschaft und Wissenschaft dabei zu führen. Denn wenn wir diesen Konsens erarbeiten können, dann wird die Umsetzung der Verkehrswende nicht eine Frage von Widersprüchen und Polaritäten und Lobbying, sondern eines von der Gesellschaft mitgetragenen Konsenses.